Gut, wir haben irgendwie die Waffe aufgeladen, so wie es aussieht. Müssen wir jetzt nochmal gegen die Waffe furzen wahrscheinlich. Oder ne Wurst drauflegen. Hättest du unsere Auslese zugelassen, wäre die Menschheit, für die du kämpfst, noch am Leben. Jetzt werde ich das Icon of Sin zurückholen. Es wird die Erde verschlingen und deine Heimatwelt verwüsten. Das Leben auf deinem Planeten wird auf ewig ausgelöscht. Und dies wird eine weitere Welt sein, der du den Untergang gebracht hast. Die Sebastian wird nun als ein Gefängnis dienen. Ohne Nacht kannst du unserer Mission nicht mehr schaden. Und wir können unser großartiges Werk vollenden. Was ist hier los? Ja, das waren jetzt ja nicht ganz so viele. Erstmal wieder hier Licht anmachen. So wusstest du nicht, dass du den Schmelztiegel besitzt. Letztendlich wird die Energiequelle, die die Erde in Gefahr brachte, dir dabei helfen, sie zu retten. Die Mission auf Sentinel Prime war ein Erfolg. Dämonische Verzehrung der Erde wurde aufgehalten. Gegen einen Titan hilft nur die Schmelztiegelklinge eines Slayers. Begib dich zur Wächterstock Taras Nabat, um deinen Schmelztiegel rechtzeitig zu werken. Nur damit kann der Titan gestoppt werden. Portal ausgerichtet auf Taras Nabat. Den Schmelztiegel beschleitet auf Taras Nabat. Der Schmelztiegel ist immer noch in den Titan, der diese Wächter stadt angriff. Der Schmelztiegel ist immer noch nicht. Es war dein erster Kampf gegen die Dämonen dieser Welt. Hier begann die Legende des Slayers. Die Legende des Slayers Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf. Was passiert da eigentlich, wenn ich... Achso, dass sie die... Ah. Ah, ne, ich muss nicht zur Tür. Klopf, klopf. Oh, man muss so schnell sein, dass beide da drauf leuchten. Jetzt. Oh, wie schnell der seine scheiß... Sein scheiß Schild hochzieht, ne? Oh, man. Oh. Das war's. Keine Muni mehr, alter, was soll das? Was ist das? So, gut, wie komme ich jetzt weiter? Also, da darf man nicht drunter springen. Wie kommt man denn hier wieder weg, ey? So, jetzt stehe ich auf dem Teil hier. Nein. Nein. Hm. Achso, wir sind noch nicht fertig. Sie sind noch da oben. Ah. Okay, die Tür geht nicht auf. Die Türe ist zu. Achter. Hier ist nochmal so ein Ding. So, eine schöne Frisbee. Eine Frisbee. Das sieht mir hier nach einer Stage aus. Das ist eine Arena. Boah, was ist das? Was ist das denn für ein Typ hier? Tschüss. All deine Stärke, all der Zorn. Und doch konntest du diese Welt nicht von sich selbst retten. Doch mit der Erde wird es anders sein. Ja, die Erde retten wir. Auf der Erde sind wir einfach schon viel zu lange, als dass wir die so einfach aufgeben. Da ist ein Knopf. Hehe. Oh. Oh, oh, oh. Wenn du unter Wasser bist, kannst du zerstörte Wände nur durch Daschen einreißen. Alles klar. Boah. Oh, komm. Boah, da komme ich nicht runter. Da, da. Komm, 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 komm. Boah, habe ich es geschafft oder bin ich tot? Ich habe es geschafft. Sehr gut. Boah, was ist das für ein Wasser? Boah, shit, shit, shit. Alter. Das macht einen schon nervös, dieses Geräusch, einfach. Eine Rakete genommen. Hat geklappt. Äh, wie kommt man hier wieder hoch? Muss man überhaupt wieder hoch? Boah. Ne. So. Muss man hier überhaupt wieder hoch? Hier. Ach, guck mal, hier steht noch mal so ein Anzug. Hm, hm. Schön, dass man den auch mal findet. Ja, man muss quasi hier wieder hochkommen. Alles klar. Also geht es durchs Wasser. Du hast noch mal Rüstung, habe ich gehört. Tada. Ah, guck mal. Cool, direkt richtig gesprungen. Geht das hier längs? Alter. Der hält aber auch nicht lange, der Anzug. Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen dem Volk von Argenten nur Hoffnung gab. Ja. So wie jetzt auf der Erde. Das ist wohl so. Ja, johin. Ja, johin. Ja. Ja, johin. Ja. Ja, johin. Verrecke er! Du sollst stürmen! Na, die Sounds hören auch nicht auf von dem, ne? Er ist schon in der Hölle. Aha. So. So, so. Wieder ein Geheimnis hinter einem Gitter. Und man muss rausfinden, wie man das Gitter aufmacht. Hier ist irgendwo ein Knopf versteckt. Ich will den Knopf nicht suchen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will den Knopf nicht suchen. Ich suche den. Ich drücke den. Bäm. Liebe Leute. Der Boss ist da. Beeilung. Steil. Es gibt Kälfte, die dies aufhalten wollen. Ich mache dir ein Geschenk. Nimm es. Es verleiht dir Stärke. Hilf dir auf deiner Reise. Und jetzt werden sie dich fürchten. Ja, mich würde jetzt doch mal interessieren, was wir da gerade aufgesammelt haben. Und zwar war das die... Gottesmaschine. Hier. In der endlosen Bewusstseinsmatrix des allwissenden, gottgleichen Maika-Geistes existiert jede Möglichkeit und jede vorhersehbare Variable einer möglichen Zukunft. Sie sind dem Maika-Kollektiv in allwissender und untrennbarer Klarheit bewusst. Dieser gottgleiche Verstand überwacht diese Zeitachsen, die sich bilden und ausdehnen wie fraktale Muster im Gewebe des Seins. So, im Gewebe des Seins. Unter diesen unendlichen Möglichkeiten ist nur eine Konstante zu erhaschen, die von uferloser Variabilität unverändert bleibt, die des prophezeiten Zerstörers, der des Maikers, vernichten wird. Was hat das jetzt eigentlich mit uns gemacht? Das würde mich nochmal interessieren eigentlich. Aber gut, wir sind... Die haben jetzt einfach Angst vor uns, weil wir waren da dritte. Das riechen die... Wir riechen jetzt nach dieser Maschine. Und deshalb haben die Angst vor uns. Wir haben jetzt mehr Stärke, aber gut. Yes. Komm, put, 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 put. Boah. Boah. Wie soll man denn so schnell da rüber kommen? Ich probiere das mal. Also von hier oben schnell runter ist... Also von hier oben runter geht es schneller. Ja. Ich sag ja, von oben runter geht es schneller als von unten hoch. Boah, Alter. Plötzlich ist hier so eine Suppe, ey. So, ich guck erstmal, ob hier noch was anderes ist. Guck mal, hier ist so ein Eingang zu einem Portal. Schlüssel haben wir nicht. Ganz ehrlich, diese Dinger, da machst du einfach nur alles tot. Das ist jetzt auch... Jetzt nicht so ein großer Verlust. Guck mal, da ist der Schlüssel hinter. Kein Mensch weiß, wie man das Ding jetzt aufmacht hier. Das ist jetzt, ja... Boah, fuck, ey. Fuck. Ich verreck hier. Ich bin gleich down. Ich komm hier nicht raus. Oh, geschafft. Alter Schwede, so gerade eben. Also da drinnen kommt man nicht weiter. Huijuiui. 16 HP noch. 16. Also gut wie down. Richtig heilen kann man hier auch nicht. Da unten ist auch so ein rotes. Oh. Jetzt wäre ich hier fast wieder reingelaufen. Also wir haben ja noch ein extra Leben. Also es geht in die Richtung. Dann muss ich hier durch. Da. Oh, ein Glück. Alter Schwede. Ja, wie gucke ich denn jetzt an? Boah, alter. So. Und nu? Ich bin so gut wie tot, ey. So. Heee. Man kann da auch nicht reindaschen, ey. Wow. Ich würde hier gerne wieder raus, ne? Alter. So, hier kann man auch reinspringen, aber hier sieht man nichts weiter. Also letztendlich... Boah, fuck. Das war's. Nein. Ich hab da nicht drauf geachtet. Oh. Oh Gott. Geschafft. Ja. Okay, also hier muss man hin. Und jetzt da in das Loch, oder was? Ne, da durchschießen. So. Es könnte sein, dass jetzt die Tür offen ist. Guck mal da durch. Ne. Boah, Alter. Äh. Irgendwas müsste jetzt offen sein. Vielleicht am Anfang. Aber gut, nach ganz oben kommen wir jetzt auch nicht mehr. Ah, supi. Kann natürlich unter Wasser jetzt hier auch nicht schießen. Ah, das ist offen hier. Oh Gott. Yeah. Und nicht gestorben. Haha. Ja doch, eigentlich schon, aber wir hatten ja extra Leben. Aber nicht komplett gestorben, dass wir neu laden mussten. So. Bäm. Fispern. Fiesbump. Wie kriegt man den Scheiß jetzt auf hier? Dies rote Ding. Das weiß kein Mensch. Boah ey. Nicht nochmal in die Suppe. Ich probiere mal jede Waffe aus. Vielleicht gibt es ja eine bestimmte. Mit der das geht. Sieht aber nicht danach aus. Man kann hier aber durchschießen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch nichts. Ne. Aber gut. Immerhin kann man jetzt hier hoch. Da nicht. Da. Da hinten kannst du klettern. Und dann. Ah. Komm mal so. Zack. Tada. Boah. Was für ein Rätsel. Ja. Jetzt kommt einer um die Ecke. Einschlag. Und wir sind tot. Oder auch nicht. Da gibt es Gesundheit. Ah. Hier ist nochmal dieser Dämonen-Schlüssel. Alter. Entspann doch mal hier. Alter. Was geht ab? Das ist Tungsel. Und jetzt kommt der Dämonen. Also Amongstなる Dämonen. well... Und zwar sich diese Dämonen an Leute, Leute, Leute. Ist hier ein Radau. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute. Leute, Leute. Wird die Schmelztiegelklinge entfernt, erhebt sich der Titan erneut. Oha. Ist das der Titan? Jetzt hat er einen Pickel. Na, der sieht tot aus. Da wird nichts passieren. Wie soll man ihn jetzt hoch... Ist das hier überhaupt? Da... So. Oha. Das ist das Schwert. Nee. Das ist auch einfach mal der... Aber gut, jetzt hat er ja einen Pickel. Ja. Das Ding ist geil, ey. In der Stahlkammer findest du alles Nötige. Da, endlich. Oh, die halten auch was aus. Das ist die Dinge. Diese Marodeure. Jut, jut. Gut. Wir müssen nach oben. Hier ist ne Treppel. Die Welt von Arjun, der nun ist gefallen. Abgeschnitten, fließt die Dämonenenergie nun nach Süden. Und die Gemeinschaft, die du einst kanntest, wurde durch die verdaubene Herrschaft der Maker ersetzt. So hätte es nicht enden müssen. Boah, nee. Ich musste erst auf die andere Seite. Da rüber. Oh, fuck. Ich wollte die ja gerne skippen hier, aber... Oh, alter, alter, fuck. Komm. Ja, explodiert. So. Okay. Jetzt will ich nur noch ne Kettensäge, das ist doch nicht so schlau. Yeah. Super, true, opf. Diese Dämonen-Dinger, ne? Die. Die sind echt böse hier. Ha! Ha! Okay, das war neu. Das war neu. Was spawnt da alles? Alter. Nehmen wir mal das Ding. Jojojo. Danke. Na, kein Treibstoff. So, fertig. Wird auch belohnt mit... Yeah. So ein Teil hier. Ich würde nochmal die Gesundheit ein bisschen erhöhen. Aber mit einem anderen Skill. Ähm. Bei maximaler Rüstung laden alle Rüstungspickups den Blutschlag weiter auf. Mhm. Ich würde mal sagen, die brennen länger, ne? Das mach ich mal. Jappadabadu. Jupp. So ein extra Dash wäre eigentlich nochmal cool. So ein dritter. Boah. Ne. Da war ein Loch. Das hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Ich bin einfach so geradeaus gelaufen und hier, zack, ist ein Loch. Schubidubidu. Schabbadabada. Man muss da halt gegenschießen, ne? Ich versteh das nicht so ganz. Warum man hier gegen alles gegenschießen muss. Okay, das war der Türknopf. Huah. Huah. Okay. Hier haben wir das wieder. Zweimal. So. Ist hier auch ein Türöffner? Ne. Gut, also das ist... Da ist einer. Ach so. Die sind hier genau gegenüber. Eins. Nein. Hat das geklappt? Yeah. Hat geklappt. First try. Yes. Komm. 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 Okay, da müssen wir gleich mal anklicken. Blibblahblub bla bla bla. Benutzen. gut wir haben irgendwie die waffe aufgeladen so wie sie aussieht da geht es weiter müssen wir jetzt noch mal gegen die waffe furzen wahrscheinlich oder eine wurst drauflegen das wird dann zum runter da hoch da oben ist irgendwie gegen ah guck mal hier was ist das jetzt wird das hier zur arena oder was wir sind so intelligent das ist ein logischer fall wir super intelligent sind mit einem eq von 300 dankeschön für die münze die fernmünze sozusagen ja ich spring mal runter jetzt sollen wir ja da ist er ist hier noch was anderes nein ich sehe nichts weiter das war die aufgabe dieses alter jetzt jetzt klettert darauf der klettert doch nicht rauf ne ich krieg die krise so äh da ne geh da rauf alter ja oh gott der will da nicht aufhüpfen ja ja w ja w w w w w w w w Oh, man. So, geschafft. Hi, das war knapp. Yeah. Cool, das ist der Ablauf. Der Gully. Zack. Danke. . Danke. Da ist immer so ein Dickie hier. Bei ihm kann man die Kanonen nicht abschießen, ne? Bei dem dicken Grünen kann man die Kanonen nicht kaputt machen. So wie bei dem normalen Dicken. Schubidu. Oh, benutzen. Ein Schwert, das keinen Namen trägt. Sicher möchtest du deine Wache ausprobieren, bevor du gehst. Na klar doch. Erstmal geht's zum Totem. Der Schmelztiegel ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Drücke M, ne V, um ihn aus der Scheide zu ziehen und drücke dann Maus 1, um Dämonen aufzuschlitzen. Jeder Dämon verbraucht einen Balken. Fülle die Energie des Schmelztiegels mit Pickups auf, die du in der Welt findest. Alles klar. Erstmal das Totem hier. Ach ne. Ist das Totem? Ah, das sind diese Pickups. Es gibt keinen Totem. Ja. Die kann man einfach so aufschlitzen. Ich find das geil. Hier, grad der Dicke ne, der geht mir so auf den Sack. Mach das. Schiff. Spass! Blö Bis dann! Johnny! Aufschreie Ihr Sortez! Ja. Sie sind Active. Eigentlich ist das wie mit der Kettensäge, nur im, äh, abgespaced. Ich bin der Kettensäge, nur im, äh, abgespaced. Boah, ja, das war klar. Na gut, jetzt ist hier irgendwo ein Totem. Irgendwo ist ein Totem. Alter, wo ist das Totem? Wenn ich das nicht finde... Hier der Herr des Feuers. Boah, nee. Oder ist die nur gebufft von ihm? Ich bin mir echt nicht sicher. Weil ich sehe hier keinen scheiß Totem. Was ist der Hammer, was hier los ist auch? Was ist das? Was ist die ganze Sache? Was ist hier? Boah, da lebt ja noch einer. So geschafft, wunderbar. So, wir haben auch volle Energie von dem Teil hier. So, ab ins Portal mit Schwert. Kein Mensch hat jemals einen Fuß in diese Dimension gesetzt. Über die Maker-Agent-Fabrik in der hellen Stadt Nikarvall kannst du das Nichts durchqueren, doch nicht als eigene Kraft zurückkehren. Vega kann aber ein Portal für dich erschaffen. Aus diesem Grund musst du Vega durch das Nichts mit nach Irr wegnehmen. Verstanden. Ich trenne mich von den Systemen des Schiffs. In Arbeit, Transfair auf externes Laufwerk erfolgt. Vega ist nicht mehr mit deinem Schiff verbunden. Ich konfiguriere das Portal nach Nikarvall. Benötigst du noch irgendetwas, bevor wir unsere Reise nach Irr weg antreten? Du kannst nicht zurück, bevor die Mission abgeschlossen ist. Aha, das ist deine letzte Möglichkeit, Gegenstände freizuschalten und die Fortress zu erkunden, bis deine Mission abgeschlossen ist. Konfiguriere den Teleporter, wenn du bereit zum Gehen bist. Ja, allok, 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 allok. Achso, Mission wählen. Master Level. Update erhältlich. Widerstandsnetzwerk. Achtung, dies ist eine Notfallsendung des ARC-Widerstands. Überlebende zählen rund um den Globus bestätigen, dass die Dämonen schlägt. Halt die Klappe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die labert. Aber Update natürlich, das sind die Nachrichten. Ich würde mal gucken. Also wir müssen noch mal unseren Anzug angucken. Guck mal, wir haben noch einige Punkte zu vergeben wieder. 14 an der Zahl. Und da schauen wir mal. Also Umgebung. Erhöht davon irgendwas unsere Gesundheit oder so? Nö. Da passiert gar nichts weiter. Das heißt, Umgebung. Hier, Splittergranate. Können wir mal boosten. Kürzere Abklingzeit nach dem Feuern. Ja. Brauchen wir. Vielen Dank. So, was haben wir? Brennende Erschütterung. Die Granate bewirkt eine zweite größere Explosion, die keinen Schaden zu Fürcht, aber Dämonen ins Taumel bringt. Das ist dummes Zeug. Alle durch Granatenexplosionen getöteten Dämonen spawnen Streubomben. Das klingt geil. Yeah. Yes. Feuer zweimal ohne nachzuladen. Das ist schon... Zweimal? Ne, einmal reicht. Einmal reicht. Was haben wir hier? Eisbombe. Nein. Umgebung, Umgebung, Umgebung. Erkundung. Eisbombe. Ist... Ne, ist egal. Enthüllt die Automap-Station auf der Automap. Enthüllt sämtliche Fortschrittsgegenstände im Dossier. Größere Automap-Aufdeckungsradius. Enthüllt die Position sämtlicher Fortschrittsgegenstände auf der Automap. Gefahrenschutz. Der Strahlenschutzanzug erleidet weniger Schaden von Giftschleimung und giftigem Wasser. Explodierte Fässer respawn einmal nach kurzem... Oh, das ist gut. Explosive Pinatas. Fässer hinterlassen. Jetzt etwas Munition, wenn sie zerstört werden. Aha. Das ist ja interesting. Ja, komm. Nehmen wir den auch noch. Dann haben wir noch zwei Punkte. Und es gibt nur ein... Also entweder die beiden hier. Oder den einen. Größere Nebelscheinwerfer. Oder Gegenstandsklassifikator. Na komm, ich nehme den. Und den. Das ist jetzt nicht so taktisch. Also ich habe mich da jetzt nicht... Ich habe das jetzt nicht studiert hier. Dash füllt sich schneller auf. Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten. Streubomben. Ja. Wächter Kristalle. Also man kann sich die nur angucken. Man kann nichts ändern. So, wir schauen uns mal die Runen an. Ausgerüstete Runen sind die hier. Dann wir einmal... Das ist super wichtig. Ich finde das genial. Dann haben wir... Verlängert die Benommenheit. Und... Das ist gut. Also anstelle die... Anstelle die Benommenheit zu verlängern... Das haben wir drin. Ich nehme mal den Tempo-Boost. Oder... Ich nehme mal den Tempo-Boost. Huch. So, für die 2. Dann haben wir immer noch die Zeitlupe. Naja, also das Ding ist ultra wichtig. Aber ich glaube, anstelle der Zeitlupe kann man noch was anderes reinnehmen. Ja, scheiß auf die Bewegungskontrolle, ganz ehrlich. Erziele ein Glory-Kill verlangsamt. Von der Blutschlagwelle getötete Gegner hinterlassen. Gesundheit. Das ist... Ach, interessant. Glory-Kill schneller. Und danach ein Tempo-Boost, Alter. Das nehme ich. Zack. Letztendlich, wie oft braucht man diese Zeitlupe? Die ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Das ist jetzt schon mal so Boost-mäßig ziemlich gut. Äh, Arsenal. Genau. Haben wir hier noch was zu verteilen? Äh, wir haben einige Punkte, glaube ich, die man verteilen könnte. Ja, 25 sogar. Äh, Mikro-Raketen. Ja, nehmen wir mal. Zack. Sofort-Nachlader. Ähm, gut. Hier haben wir auch noch einiges nicht drin. Aber die Waffe ist auch nicht so kriegsentscheidend. Die auch nicht. Hier, da kann man noch mal was gucken. Und zwar Aufladestoß, voll aufgeladen, entfesselte Zerstörer, eine Schockwelle, die Dämonen ins Taumeln bringt. Aufladezeit, der Zerstörer klingt um 20% verringert. Ja, er lädt schneller auf. Feuer Zerstörer klingen ab, bevor sie ihre Maximalbreite erreicht haben. So, so. Das ist eine Herausforderung. Das kommt automatisch, glaube ich. Also drei Gichtner 15 Mal mit der Zerstörer klinge und dann wird das hier, glaube ich, freigeschaltet. Also das gilt man dann automatisch. Äh, hier. Ja, ich würde sagen, was benutzt man noch häufig? Hier, äh, die Haftbomben. Die haben wir aber auch schon. Da sind wir auch fleißig am Sammeln für die Herausforderung. Zerstöre 25 Arachnotron-Geschütze mit Haftbomben. Ja, ja, ja. Zurück. Da sind wir fleißig am Sammeln. Äh, Hitzestoß. Hitzeschussaufladung pro Schuss wird um 25% erhöht. Ja. Das nehmen wir mal mit rein. Da sind wir soweit durch. Hier noch nicht. Nachladetempo der Super Shotgun. Ja, äh, verringert. Ne, Nachladetempo erhöht. So. Cool. Ja, jetzt haben wir noch einen Punkt. Den können wir wahrscheinlich nicht verteilen, weil alles teurer ist. So sieht es aus. Anzuhonen. Kodex. Herausforderung. Bläh. So. Ja, super. Das sieht aus. Das sieht aus.